so willkommen zurück auf meinem kanal wir klicken hier erstmal weiter heute an der ostfront als waffen ss gegen die es müsste die sowjetische garde sein gucken wir uns erstmal die karte an ja geil erstmal gucken wir hier panzer und wie es aussieht eine kompanie unserer seite der computer hat die russischen kräfte ausgewählt verlegegrad denkt mal ein panzer hier lang fahren lassen einen da ja doch das geht es nicht ist das das hauptquartier er ist da ja kommen wir denn dahin machen es beide hier ok so wichtig sind halt wirklich erstmal die panzer ist da vorne dann die beiden bewegen sich einfach schnell also müssen vorne an die front der die erste kompanie ebenfalls also vorne an die front meine ich natürlich nicht im kampf geschehen na wobei doch nicht im kampf geschehen aber doch zügig vorne oder relativ weit vorne dann machen wir die mgs bereit das ist wirklich nur ein ding also eine ein punkt zum erobern mgs weiß ich nicht ob die hier so sinnvoll sind na doch einem geht dahin ach ich muss noch überlegen wo ich das andere hinstellen wenn das mg hier sitzt das künstliche rüber wirken dahin mal sehen ob es gute taktik ist erster zu kauf hat hier erster zug vereilt sich natürlich mitten rein zu laufen das ist hier drin das passt der zweite zug ja jedes mal so ich denke mal die lasse ich bis zu dieser häuserfront hier vor nicht heute front bis zur bombfront vor wenn ich hoffe das funktioniert so wie es soll haben wir haben wir dennoch ich weiß nicht ob ich daran denke im gefecht aber man könnte theoretisch mal versuchen die hauptquartiere nicht zu verlieren wäre vielleicht eine gute option die bewegen sich einfach mal hier dieses quadrat oder das ist rein ja nicht gerade in dieses mal dieses waldstück nennen wir es einfach waldstück warte man alle rein ich weiß hätte ich auch zusammen machen können aber ich habe jetzt nicht dran gedacht jetzt haben wir jeden können starten müsste ja auch jeder vorrennen ja pass ja pass ja pass ich hoffe die haben nicht zu viele fahrzeuge ich hoffe es einfach ich hoffe auch nicht dass sie so gute panzer natürlich spiele und spaß gute panzer beim feind macht es ist realistischer aber wir mittlerweile wissen ich bin nicht der beste also naja da war anscheinend irgendwas da stimmt noch alles stimmt doch bestimmt auch noch alles passt das wird schon klappen hier ist das hauptquartier ein bisschen schnell für die das hoffe ich ist jetzt kein problem das bist du so ok zu lange gebraucht schade schade ja so 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 ja perfekt perfekt alles klar eile hier rein müssen wir ein bisschen anders machen oder steht auch draußen ok naja eile hier hin hier hin meine fress jetzt habe ich mich sogar erschreckt von meinem eigenen panzer geil die bewegen sich endlich mal da kommen auf jeden fall welche er sieht ihn einfach nicht er sieht ihn einfach nicht er sieht ihn einfach alles zur höhe er sieht ihn einfach alles zur höhe auf zerstört oder wie sieht es aus ja ausgeschaltet perfekt geht nach auch gut hin hier ist keiner geblieben hier ist keiner geblieben lebt nach komm ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ob er zerstört wurde ich denke aber nicht spät spät äh was sind eigentlich für panzer ein früher panther g mittlerer panther a ok frage mich jetzt nicht was der unterschied bei den äh verschiedenen panther arten ist aber naja ich weiß auch nicht ob der g spät es als der a ich bin ja nicht durch ja klar er kommt am anfang vom alphabet und gehe dahinter aber bin mir da nicht sicher wie es beim panzern ist kann er hier wenigstens rückwärtiger hang äh wirklich später noch ein bisschen du auch ja gut passt ausgeschaltet gefällt mir Waffe aufstellen von da kommen welche jetzt 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 drückt es ist so ich hoffe das passt jetzt mal schauen ich hoffe das passt jetzt mal ich hoffe dass diese überleben könnt ihr euch aber auch mal schnell hier hin bewegen vielleicht kann er hier von hier ein bisschen hier wirken also hoffe ich zumindest er hat nach vorne jagen 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 noch 21 Minuten na 21 30 aber egal doch die paar Sekunden kommt jetzt hoffentlich nicht an lädt nach passt jagen hier rüber vor allem von ihm hier die passen aber sturm erstetage darüber was zur hölle naja gut g43 g41 gibt es wohl nicht hier aber egal da hinten oha keine Ahnung 152 ISO 152 würde aber eher sagen 152 da muss ich aufpassen steht von hier kann er ja wahrscheinlich hier so wirken da ist die Panthei aber da stehen der zielt passt wartet geil okay sturm sturm und sturm so ne hauptkortier ist das ja äh ja hab ich nicht aufgepasst scheiße aber naja echt oder alles klar sturm weiter hier rein äh es wäre schön panther nächster reparieren oh ja das hätte schief gehen können aber gut sind sie doch da drin so der stimmt da rein der jagt weiter vor sturm und schnell und dann stopp was bist du oh je scheiße rauch äh dann machst du mal bitte sturm ja hier hin jetzt steht er da ja klar keine Panzerfaust mehr oh Gott Kampf Ziel äh äh zieler wartet le dre ziel kom 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 fack es lebt immer noch oh je oh je das ding lebt bruder junge ok ja hätte auf jeden fall deutlich schief gehen können alles klar der muss auf jeden fall stück jagen hier vor schnell hierhin hierhin sturm noch da sturm ebenfalls vor ja das passt das passt bisher ich habe zwar schon Verlust sehen die müssen aber ich denke das könnte gut werden hier das Hauptquartier muss mit wir haben es auch mit haben wir jetzt alle jetzt haben wir alle mitgenommen passt ne kann da auch noch sturm und jetzt Blickrichtung diese das alles klar eines gefechts ja klar haben wir männer ok ein paar männer verdienten grundbeschlagen weniger aber 13 fall karte 13 fahrzeuge verloren ich hatte fast nichts mehr so viel habe ich den ich jetzt mal abgenommen das hier überhaupt flammen ah ja drei flammen vier flammen werfer und flack ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.